Musik Hallöchen! Heute gibt es was Leckeres zum Kaffee. Ich zeige dir, wie du leckere Kirschtaschen zubereiten kannst. Die Zutaten und die Zubereitungen, die siehst du jetzt. Viel Spaß! Musik Musik Und schon sind die Kirschtaschen fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonnier auch gern meinen Kanal, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezepte-Welt. Tschüss!